Hallo everybody und herzlich willkommen hier zur, naja, zweiten Ausgabe, muss man sagen, auch wenn wir die erste Folge als Folge 0 eingestellt haben ins Podcast-Regal, dann ist das hier trotzdem eigentlich die zweite Folge, wenn man jetzt so will, oder? Das haben wir ganz am Anfang gesagt, bevor wir die Folge quatscht hatten, die Folge, um zu sagen, wenn wir die jetzt löschen, ist auch scheißegal. Ja, so war das. Ja, so war das, haben wir aber nicht gemacht und deswegen wird das jetzt im Nachhinein, wie das oft so ist, wird Geschichte umgedeutet. Also war das die erste Folge, das hier ist jetzt die zweite Folge und im Wesentlichen müssen wir natürlich darauf vertrauen, dass Redundanz in Medien jeglicher Form unser Freund ist und nochmal erzählen, wo wir sind, was wir wollen und wer ihr zwei unprominenten Menschen eigentlich seid. Klaas vorweg, also mit allen, mit denen wir gesprochen haben, die sich mit Podcasts auskennen, die sagen, die ersten zwei Minuten sind ultra wichtig. Ja, sicher. Da fängt man die Leute ein, da entscheidet sich. Na klar, da sind die Haken aus. Ja, und ich weiß jetzt nicht, jetzt hast du zwei Minuten damit verbracht, zu erklären, dass jetzt die Folge 2 kommt. Sag mal, kann ich hier nochmal irgendwas anmoderieren? Schneiden wir das raus eigentlich? Was? Na, diesen ganzen vergurkten Anfang jetzt. Also weißt du, wir sind hier mit Kaffee vollgepumpt wie die Raketen und dann starten wir hier wirklich rein, wie die Stubentiger. Ne, was ihr macht, ist tatsächlich, ich war auf der Hauptstraße unterwegs und ihr macht da einen Auffahrunfall aus irgendeiner Sackgasse. Ihr fahrt mir richtig rein. Merkt ihr das nicht? Also wir haben uns vorgenommen, wir wollen einmal sagen, wo sitzen wir hier? Und du hast gesagt, Klaas, du willst uns nochmal besser vorstellen. Wie wollen wir da starten? Also, wir sitzen in meinem Büro. Ja. Das heißt, ich bin hier praktisch so das Eckräumchen hinten in der Ecke von unserer Firma, in der wir so unsere ganzen Sendungen produzieren und so. Da habe ich ganz hinten, um vielleicht nochmal eine kleine Phipps Asmusen-Reminiszenz. Ja. Ich habe das indische Zimmer am Ende des Ganges. Das ist sogar witzig, ja. Und ich habe ein Problem hier und das könnte sich vielleicht auch noch auf den Podcast auswirken. Die Kaffeemaschine ist seit neuestem direkt vor der Haustür. Das heißt, es ist so eine Art Warteraum vom Sozialkaffeehäufer Umlauf mittlerweile. Man hat wirklich das Gefühl, wenn man hier arbeitet, draußen ist jeden Montag die Methadonabgabe und da wird sich getummelt. Also alle Mitarbeiter, bevor die arbeiten, stellen sich erstmal eine Stunde an die Kaffeemaschine und quatschen und erzählen, was so los war gestern. Und das könnte uns ein bisschen beeinträchtigen. Ansonsten ist es sehr schön hier. Es ist ein schöner, kleiner, mülliger Raum. Hier stehen so ein paar alte Botten. Das ist so eine Jackensammlung aus verschiedenen Jahrzehnten. Viel 2004, würde ich sagen, so modisch. Dann hängen da so Geschenke von Leuten, die du da mal in der Hoffnung, dass du die mal in der Sendung anziehst. Jakob, wusstest du eigentlich, er hat es ja gerade erwähnt, die Kaffeemaschine steht davor vor dem Büro. Und dass der Herr Prominente veranlasst hat, dass in seiner Firma die Tür jetzt schalldicht gemacht wird. Weil ihn das Geräusch von Tröpfel, den Kaffee macht ihn so fertig, dass er sich nicht konzentrieren kann. Moment, Schmidi, da muss ich einhaken. Das heißt, wenn die Mitarbeiter von Klaas sich hier einen Kaffee holen, um dann besonders gut zu arbeiten, wach zu sein, für ihn zu arbeiten, sich zu überlegen, was könnte schön und lustig sein, dann stört ihn das Geräusch. Das ist korrekt. Also ihn stören praktisch einfach Menschen, kann man sagen. Ja. Was haben Sie dazu zu sagen? Na, ich kann es ja mal anders erklären. Anders erklären, umdeutend. Bislang stand die Kaffeemaschine in so einer Ecke, die war eher in der Region Büro Schmidt. Da gab es offenbar auch Unmut über das Hin- und Herlaufen. Schmidt hat es nicht gehört, weil noch zwei Räume dazwischen sind. Aber wenn er aus einem bestimmten Winkel guckt, kann er durch zwei Fenster gleichzeitig gucken und sieht teilweise die Leute so vorbeihuschen. Und das hat ihn auch so ein bisschen angenehmt. Ganz fiese Nummer, völlig an den Haaren herbeigezogen. Und dann ist die Kaffeemaschine, mehr oder weniger ohne groß drüber nachzudenken, direkt vor meine Haustür hier gezogen. Und das Getröpfe der Kaffeemaschine würde ich gerne hören, aber es wird ja überlagert von dem ganzen Gesabbel. Und dadurch, dass das hier ja auch der neue soziale Raum sein soll, das ist ja praktisch der Ort, wo man ganz viel reden soll, kann ich ja auch nicht die Tür aufreißen und sagen, halt's Maul, weil dafür ist es ja da. Ich erinnere mich noch gut daran, das ist, glaube ich, zwei, drei Jahre her, da saß ich mit Schmidt hier in diesem Büro, da haben wir irgendwas besprochen und da stand statt der Kaffeemaschine draußen noch die Tischtennisplatte. Das waren auch gleiche Zeiten. Und da hat, ja ich sag mal, zwei Mitarbeiter haben da fröhlich Tischtennis gespielt. Haben sich auch besonders hervorgetan, durch viel Zeit an der Tischtennisplatte. Nee, die haben wirklich da gespielt und ich meine, guck mal, das Grundgefühl, was man hat, wenn man sagt, komm, wir haben jetzt wirklich viel weggeschafft, jetzt ohne schlechtes Gewissen, machen wir mal 20 Minuten Ping-Pong. Einfach mal Kopf auf und so ein bisschen loslassen. Ja, auch mal ein bisschen kurz mal frischen Kopf, frische Ohren, frische Augen. Einmal ein bisschen was anderes machen und dann spielen die da Ping-Pong, Ping-Pong, Klick-Klack, Klick-Klack, Klick-Klack. Ich habe das hier monatelang still ertragen, aber jetzt sitzt Schmidt, also einmal zehn Minuten bei mir, da reißt der irgendwann wie von der Tarantel gestochen die Tür auf, schreit die zusammen wie der letzte Hausmeister, dass wenn sie damit jetzt nicht aufhören, dass sie jetzt sofort zurück zu Platz gehen sollen. Und wirklich zwei völlig vom Donner gerührte, geschockte Mitarbeiter sind mit toten Augen zurück an ihre Arbeitsplätze gekrochen, muss man sagen. Weinend. Ja, und ich auch. Also als Schmidt zurückkam, guckte er mich noch an, als hätte ich jetzt noch Danke sagen sollen. Und ich war aber auch eigentlich nur geschockt von dieser Tretmine Thomas Schmidt. Ja, da sind wir vielleicht auch in der Vorstellung. Das ist Whataboutism pur. Wirklich, Klaas. Es ging um dich und deine Phobie gegen Kaffeegetröpsel. Und jetzt hast du es so schön auf mich gelenkt, weil ich ein bisschen mal angemahnt habe, dass man vielleicht nach der Mittagspause nicht mehr allzu lange Ping-Pong spielt. Aber da sind wir fast in der Vorstellungsrunde, Schmidt, weil du bist einerseits liebevoller Katzenvater und kreativer Kopf hier in dieser Firma. Und andererseits hast du immer wieder so Momente, da ergreift Mario Basler von dir Besitz. Ihr kommt ja ein bisschen aus derselben Ecke. Und das war offenbar so einer. Da flippst du aus und dann verändert sich auch deine ganze Stimmlage. Und du gehst dann raus an die Tischtennisplatte und pfeifst sie mal zusammen. Hey Leute, was soll das hier mit eurer Ping-Water-Exotone? Hey Leute, ich stehe euch gleich ein Ohr lang. Raus, Abmarsch, anschreiben, Schwitze schreiben. Sowas habe ich auch neulich erlebt. Da wollte ich mich mit Schmitti und einem lieben Kollegen zum Abendessen treffen. Ach, das kenne ich. Und keiner hat sich so richtig bemüht. Und Schmitti ist jetzt auch nicht so der Typ, der sagt, ey, 19 Uhr habe ich einen urigen Italiener für uns rausgesucht und so. Und man sieht es mir vielleicht auch an, ich esse super gerne. Es ist mein Hobby, in Restaurants zu gehen und denke so, Google, Google, wo geht man hin, was passt. Schlag dann ein Restaurant vor. Und dann werde ich auch hier ebenfalls draußen vor der Tür an der Kaffeemaschine von Schmitti angesprochen. Wieder hat Mario Basler von ihm Besitz erklärt und gesagt, Pass mal auf, wenn wir da essen gehen, dann schläfst du mich nicht in so einen Laden, wo denn an der Preise nicht mal an der Karte an der Gerichte stehen und ich da vorne nicht mehr weiß, was ich da hinten zahlen muss. Mir reicht, mir steht's bis hier. Mir geht in eine Kaschemel bei mir ums Eck. Da wird geraucht, da gibt's drei Buletten und ein Rotwein. Und das war's. Das ist Schmitti. Ich weiß. Das ist, komischerweise braucht er das, glaube ich, als inneres Gegengewicht zu dieser flirrenden Hipster-Medienwelt, die ja natürlich ihm nicht anerzogen wurde. Er kam aus dem Saarland hierher und auf einmal muss er mit so verhuschten Heinis hier zu tun haben, die sich also mehr ums Äußere als ums Innere bemühen. Und er kommt mit denen klar. Er kann auch, sagen wir mal, auch auf diesem Klavier ganz gut spielen. Er braucht aber dann diese Bodenständigkeit und die natürlich genauso extrem wie der ganze Quatsch, den er sonst so zu bedienen hat hier, um irgendwie so sich wohlzufühlen. Das ist meine Analyse. Darf ich da jetzt auch mal was zu sagen? Ja, jetzt bist du. Nach dem Pamphlet hier. Also erstmal will ich sagen, das Monster, das da geschaffen wurde, wurde von Jakob Lund geschaffen. Was? Weil bevor ich, als ich noch im Saarland war, ist mir nie ein Mensch entgegengekommen, der sich beispielsweise einen Taschensteamer kauft, wenn er auf Reisen geht. Der muss doch erklären, was das ist. Ein Steamer ist so ein blödes Dampfbügeleisen to go. Ich hab sowas auch. Sehr praktisch. Alter. Ist so ein kleines Gerät. Die hast du noch nie benutzt. Das hast du noch nie benutzt, klar. Und das packt er dann aus im Hotelzimmer und dann sagt er, er kann es nicht leiden, wenn seine Hemden so glatt gebühen. Dann gehst du mit ihm, es ist ja auch was Wahres dran, wenn man mit ihm essen geht, dann kann das nicht mal einfach mal ein normales Essen sein, wie jeder andere Mensch. Dann muss es irgendein Scheiße sein, wo die zwei Sterne dranhängen und es nervt einfach. Es nervt. Dieses ritualisierte Essen. Wie kann Essen so ein Lebensinhalt sein? Klaas, springen wir bei. Das stimmt. Da sitzen hier wirklich zwei Fronten. Ihr und ich. Da seid ihr, naja, ich bin ja... Na ja, komm, also du isst zum Frühstück Currywurst. Das ist richtig. Und also deine Frühstückskombination, kennt jeder, der hier arbeitet, das ist Currywurst und ein Eimer Quark. Ja. Und den Eimer Quark trinkst du und die Currywurst isst du. Exakt. Die beste Story. Die beste Story, die ich jemals... Klaas, du hast mir mal ganz stolz erzählt, dass sich jetzt... Ich wünsche mir die Judgment, ey. Dass sich jetzt alles ändert bei Klaas. Da hat er gesagt, so ab jetzt wird gesund gegessen. Er hat sich nämlich einen Mixer gekauft. Einen großen, großen Mixer. Und er hat gemeint, da macht er wirklich, die macht er halbvoll mit Obst. Jeden Morgen. Ja. Da kommt Obst rein, Äpfel, Bananen, alles kommt da rein. Und dann mache ich noch ordentlich Nutella drauf. Das war dein Geheimtipp, ey. Für den Geschmack, ne? Das schmeckt ja sonst nicht. Aber ich habe tatsächlich, das war eine Phase, die erinnere ich mich auch noch gut. Da war, sagen wir mal, das Ziel gar nicht abnehmen, sondern das Ziel war, überhaupt mal morgens was zu essen. Weil ich dachte, das kann ja nicht gesund sein, wenn man jetzt gar nichts isst, ne? Warum soll ich mir da irgendwie da Spinat da aufmixen, was mir dann sowieso nicht schmeckt? Also nehme ich das, ne? Ich habe dann tatsächlich irgendwann mal, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich wahnsinnig viel zugenommen. Auch wirklich so, dass ich überrascht war, was mein Körper alles so zu bieten hat. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es möglich ist, mich in der Mitte so aufzublähen. Ich sah wirklich aus wie so ein... Ich hatte eigentlich so eine typisch deutsche Alkoholikerfigur. Dicker Bauch, dünne Beine, kleiner Arsch. Wie diese Opfers, die so auf dem Mofa sitzen, die einem so entgegenkommen, die noch so rauchen, während sie fahren und hinten noch so ein Anhänger mit so Stöckern drauf. So sah ich auch. Und da habe ich dann probiert abzunehmen, habe ich auch geschafft. Und da habe ich dann auch richtig so gesunde Sachen und so weiter. Das habe ich richtig sechs, sieben Wochen durchgezogen. Und es war eine freudlose Zeit, die mir aber gezeigt hat, dass mir eigentlich Essen gar nicht so scheißegal ist, wie ich immer getan habe. Weil wir haben ja schon mal darüber geredet, dass es eigentlich lästig ist. Es ist eigentlich im Prinzip nichts weiter, als an die Tanke zu fahren, sich neu zu befüllen, um dann weiterzumachen. Manchmal klaut es einem Zeit. Nervt wie Sau. Aber wenn man dann wirklich so eine saure Gurkenzeit mal hinter sich hat, dann weiß man, wie schön das ist. Was mir aber nie passieren würde, ist, dass ich in so eine fast schon, sagen wir mal, perverse Leidenschaft... Und teigst du dabei auf mich, während du das sagst? Meinst du mich? Ja, so wie du. Dass du praktisch Essen als einen Teil deines Lebens ansiehst. Das ist so, als wenn du sagst, mein Hobby ist Schlafen. Naja, Teil eines Lebens, das ist es wohl zwangsläufig. Aber bei ihm ist es eine absolute Obsession. Dolce wieder, Dolce wieder. Er wird so schlecht gelaunt, wenn er um ein Uhr noch nichts gegessen hat. Wenn die Mittagspause nicht um ein Uhr beginnt, dann muss jedes Meeting abgebrochen werden. Das stimmt. Also wir haben uns jetzt, sagen wir mal, eingehend mit euch beiden beschäftigt. Ja, das stimmt. Er hat zu lange über uns geredet. Na Moment, so ein paar Fakten möchte ich von dir auch nochmal herausarbeiten. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass Schmidt kommt aus dem Saarland. Das haben wir nun breitgetreten und werden wir sicherlich auch inhaltlich noch ein paar mal spüren. Du kommst aus Berlin. Ja. Und das finde ich kurios für die Leute, auch mal exotisch, dass man mal jemanden sieht aus Berlin, der wirklich hier geboren ist. Aber du wirkst nicht so, ehrlich gesagt. Ja? Ja, du bist ja jetzt keiner. Du bist ja nicht damals irgendwie rauchend mit einer Korder und Sportjacke durch die Straßen marodiert und hast den kleinen Leuten das Handy abgezogen. Das stimmt, ja. Das würde man jetzt denken, aus einer Jugend in Berlin denkt man erstmal sowas. Wie war dein Berlin? Mein Berlin ist tatsächlich, weil bei mir ist die Mauer da noch im Kopf, zumindest wenn ich an meine Kindheit denke, West-Berlin. Das ist ja schon ein bisschen unterschiedlich. Und da bin ich eigentlich ganz behütet aufgewachsen zwischen Feinkostläden und Weinhandlungen. Butter Lindner. Butter Lindner, genau. Es war wirklich so, wenn ich mit meinem Vater durch den Kiez gelaufen bin, dann hat er überall gegrüßt. Beim Fleischer, dann in der Weinhandlung noch kurz einen Schnack. Und das war meine Kindheit, von der bin ich natürlich sehr geprägt. Und so versuche ich das jetzt, während ich heute in Friedrichshain wohne, also mehr so ein bisschen ranziges Berlin, versuche ich das auch so zu etablieren. Dass die Leute wissen, ah, da kommt er, stell mir schon mal ein Espresso raus. Also ich versuche so ein bisschen dörfliche Deutsche Vita nach Berlin zu bringen. Aber ich bin tatsächlich einer der wenigen Ur-Berliner. Ich glaube, in der ganzen Firma gibt es drei oder vier. Ja, du bist auch von Friedrichshain so Richtung Prenzelberg gezogen, oder von Neukölln Richtung Prenzelberg gezogen, weil es da bessere Kaffees gibt. Das stimmt, ja. Also irgendwann, also ich bin erst aus dem Rentnerteil von West-Berlin, wo nur alte Leute wohnten, nämlich Charlottenburg und Wilmersdorf nach Neukölln gezogen. Weil ich einfach mal wissen wollte, ob es junge Leute in Berlin gibt. Und dann wusste ich, aha, die gibt's. Und dann hatte ich alle Läden durch, wo man so geröstete Pistazien kaufen kann. Und dann hatte ich irgendwie so keinen Bock mehr. Und dann dachte ich, Mensch, es wäre auch mal gar nicht schlecht, wenn man morgens nicht Shisha riecht, sondern vielleicht einen leckeren Espresso. Und deswegen bin ich umgezogen. Kann ich nachvollziehen, ja. Weil als ich damals nach Berlin gezogen bin, habe ich so gemerkt, dass mein Frühwarnsystem nicht mehr funktioniert. Was heißt das? Naja, guck mal, ich komme aus Oldenburg, bin da natürlich auch mehr oder weniger aufgewachsen wie auf Seilkrokan. Und es war alles wunderschön. Und dann wusste ich aber, sobald ich irgendwie mit dem Fahrrad zweimal falsch abbiege, dann bin ich vielleicht auch mal in einer Ecke, die als Problembezirk dargestellt wird. Und das habe ich aber immer daran gesehen, dass dann irgendwie da nicht so regelmäßig der gelbe Sack abgeholt wurde. Hier auch mal ein sogenanntes Graffiti an der Wand war. Vielleicht mal hier der Mülleimer, dass teilweise was unter dem Mülleimer lag, eine Sache. Und daran habe ich gesehen, oh oh, gefährlich. Hier bitte ein bisschen besonders aufmerksam sein, vielleicht mal die Straßenseite wechseln, wenn dunkle Gestalten einem entgegenkommen. Und da wusste ich immer, wann ich mich wieder sicher fühlen kann und wann das nicht so ist. Da bin ich hier nach Berlin gekommen und da ist dieses Frühwarnsystem komplett kollabiert, weil hier alles dreckig ist. Hier sieht es überall so aus, wie da, wo ich in Oldenburg Angst hatte. Ich bin zwei Jahre lang mit Angst erfüllt durch ganz Berlin gelaufen und konnte überhaupt nicht erfühlen, wo ich jetzt besonders vorsichtig sein muss. Dadurch habe ich wahrscheinlich meine ganze Angst verloren. und gerade jetzt in richtig gefährliche Situationen. Und deswegen warst du auch oft zu Hause in der legendären WG, in der es keine Möbel gab, stimmt. So fing alles an, ne? Richtig, genau. Als ich hier nach Berlin gezogen bin... Sag noch mal, wer da alles gewohnt hat. Es war Otto Walkes, Udo Lindenberg und da, ne, es waren alles ja 10. Genau, das war toll. Also wirklich, da sind wir immer nach Hamburg ins Onkel Kö und da haben wir richtig abgerockt gemacht. Das war echt toll. Wie wäre er da wirklich gewohnt? Mein Freund Tim hat da gewohnt und MC René das MCMG. Ja. Ja, das war so. Ja, genau. Die Älteren werden sich erinnern, der Mann, der deutschen Rap miterfunden hat. MC René, der beste deutsche Freestyler. Ja, wir haben da zu dritt gewohnt. Wir hatten Gartenmöbel von Tims Vater. Die musste da loswerden, die haben wir dann abgeholt. Hattet ihr einen Garten? Ne, in der Wohnung. Ja. Und mein Freund Moritz hatte mir ein Zweiersofa geschenkt. Das war auch noch da. Dann hatten wir einen Toaster direkt neben dem Sofa am Fernseher, damit wir dann frühstücken können am Wochenende. Wir hatten ein Fahrrad, mit dem sind wir zusammen zur MTV gefahren. Da war hinten eine Acht drin und da haben wir immer geknobelt, wer fahren muss und wer auf dem Gepäckträger sitzen darf. Ja, ansonsten hatten wir ein Skateboard, weil das war damals noch die Zeit, in der es große Wohnungen gab. Und wir sind also von einem zum anderen Zimmer mit dem Skateboard gefahren, zur Freude unserer Nachbarn. Und das war es im Wesentlichen. Das war die Wohnung. Aber da warst du schon bei Viva, oder? Da war ich schon bei Viva, ja, genau. Das heißt, du hast als Fernsehstar so gehaust. Ja, sicher. Was heißt Fernsehstar? Ich war Viva-Moderator, das heißt ja nicht Fernsehstar. Naja, aber das habe ich mir als Zuschauer immer anders vorgestellt. Da habe ich gesehen, der Mola, der verkauft da eigene Unterhosen. Ja, aber warum verkauft der denn eigene Unterhosen? Weil der so reich ist? Wir hatten Maserati-Rennstall und da kommt Heike Magac her und so. Da dachte ich, mein lieber Schwan, also mit 20 sind die Millionäre alle. Das war vielleicht früher so, das weiß ich nicht genau. Aber denkst du, Gülchan hatte auch eine Wohnung, wo nur Gartenmöbel drin standen? Nee, aber die hatte ja auch Sebastian Kamps. Die hatte ja den Brötchen-Millionär. Und Colleen? Colleen war immer sehr reich. Was hat die für Gartenmöbel? Die schläft auf Red Bull. Colleen, genau. Ich glaube, die konnte damit einfach besser umgehen und so. Und der war das auch wichtiger. Und die hat letztendlich auch damals schon eine viel größere Karriere gehabt. Ich habe da ja einfach immer nur, ich bin da morgens in den Sender, auch durch meine bürgerliche Existenzangst, habe ich mich immer fest anstellen lassen. Du hast einen festen Betrag im Monat bekommen. Ja, da war auch wirklich die Fahnenstange, das Ende der Fahnenstange war immer sichtbar. Und das war für mich okay, das war in Ordnung, das war nicht viel. Ich habe damals, als ich bei Viva damals angefangen habe, mein erster Vertrag, da habe ich vorher in meinem Job als Zivildienstleistender mehr verdient. Mit den ganzen Zusatzaufwendungen. Weil ich habe ja relativ weit weg von zu Hause meinen Zivildienst gemacht, da hat man dann pro Kilometer, wenn das von der Haustür entfernt ist, nochmal mehr Geld gekriegt, eine Wohnung gestellt bekommen. Essen gab es auch immer im Krankenhaus, wenn da einer hops ging, dann kam immer noch zwei, drei Tage Essen, bis die das in der EDV erfasst hatten. Und das habe ich dann gegessen von den Toten. Und insofern hatte ich also ein entspanntes Leben. Und meinst du, dass deswegen so manchem YouTuber Demut fehlt, weil die im Grunde, die machen drei Videos und fahren Lamborghini, ne? Ja, ich weiß nicht, also es sind ja auch nicht alle YouTuber, die drei Videos machen Lamborghini fahren, oder? Fährt nicht jeder, der ein Video hat bei YouTube eigentlich Lamborghini inzwischen? Ich weiß nicht, aber ob da Demut mit einem hergeht oder nicht, ich glaube, wie das immer so ist, mit finanzieller Unabhängigkeit wird die Erziehung freigelegt. Und ich glaube, bei vielen YouTubern ist die halt shit. Und deswegen sind das dann Assis, ne? Also es gibt ja Leute, die so lange keine Assis sind, wie sie es niemandem zeigen dürfen, weil sie noch irgendwie was erwarten von der Gesellschaft. Wenn sie aber Geld haben und das dann egal ist, wie man sich benimmt, weil man einigermaßen unabhängig machen kann, was man will, dann sieht man, wie die Leute wirklich sind. Also das hat ja einen Hintergrund. Wir schicken uns jetzt seit einer Woche im Grunde, wir sind große Fans des YouTube-Kanals von Justin Light. Ja, hast du entdeckt. Oder Julian Light, ich weiß gar nicht. Und der macht eigentlich nichts anderes, als so Aktionen von anderen YouTubern zu kommentieren, wie sie sich eine neue Uhr kaufen. Staunen. Ja, für 100.000 Euro und zwar wird es da bar bezahlt. Und die haben ihren Stammjuwelier und ihren Stammuhrverkäufer. Und einer hat sich dann einfach mal mit seinen 21 Jahren hat er sich ein Lamborghini gekauft. Das ist ein schönes Auto. Das ist ein schönes Auto. Wir sind die Generation, als wir sie gewohnt waren. Wir sind die Generation so Kurt Cobain, mit dem Ruhm nicht klarkommen und so. Wenn der Erfolg zu groß wird, in den Büro schießen. Ja, oder den letzten, den ich da noch verstanden habe, war Simon Unge. Der ist ja erstmal Longboard gefahren. Ja. Als zu groß. Und die, denen... Da bin ich schon raus. Ja, und da gibt es keinerlei Neid bei denen. Da kauft sich jemand den Lamborghini und da heißt es nicht, ja, also ob er das verdient hat, da mit seinen blöden Videos da. Sondern er heißt, das ist ja unfassbar. Als fährt er denn eine Lamborghini, macht da drei Videos, Gott startet er mich in der Kamera, fährt er goldenen Lamborghini, es ist keine Zeit. Ja. Ja, da ist was dran. Ja, aber ich kann das verstehen. Ich finde das wirklich ein interessantes Thema. So die große Überschrift Bescheidenheit. Also ich würde sagen, wir drei sind schon noch so erzogen, dass man... Irgendwie bescheiden ist und versucht, nicht anzugeben und... Was? Senior Porsche Werbung? Also ich komme aus... Das nehme ich schon so wahr. Das nehme ich so wahr. Ja, schon. Also ich weiß, wann ich mich schämen muss. Aber das heißt nicht, dass ich bestimmt Sachen nicht mache. Ich komme aber auch aus so einer Angeber-Dynastie. Ja, aber an dem Tag, wo du mit dem Cybertruck von Elon Musk hier in die Garage fährst, würde ich kündigen. Würde ich wirklich kündigen. Das stimmt dir überhaupt nicht. Das ist dann nicht mehr meine Firma. Du bist ja genauso schlimm, aber das wollen wir dann... Vielleicht sparen wir uns das nochmal auf. Und ich... Mein Papa zum Beispiel war auch ein Angeber. Soll ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen ins Blut geht. Ich glaube, gut ist es, wenn man das erkennt. Wenn man das über sich selber weiß, dann kann man das so ein bisschen regulieren. Aber, also mein Vater zum Beispiel hatte, und das ist das Auto, was auf jeden Fall, wenn du das hast, dann bist du ein totaler Angeber. Du kannst jetzt, sagen wir mal, für einen Lamborghini hat es mit dem YouTube-Kanal meines Vaters nicht gereicht. Aber er hatte ein Audi TT Cabrio. Also wer so ein Auto fährt... Das ist exzentrisch. Das ist exzentrisch. Und es ist noch nicht mal so ein mega geiles Auto. Aber so eines, was so tut, als wäre es eins. Und das ist wirklich ein Psychogramm. Wenn einer ein Audi TT Cabrio fährt und nichts dabei fühlt und denkt, ja, das ist ein normales Auto. Fahren wir hier mal rum. So mit so einem Roadster. Steht an der roten Ampel, Ray-Ban auf, guckt rüber, denkt, haha, mein Auto. Das war mein Vater. Und insofern kann ich da gar nicht so viel. Das ist bei mir ein bisschen eine Programmierung. Manchmal bin ich so, ja. Aber findet ihr das gut oder schlecht, dass so die Generation jetzt so ein bisschen das Neidding, was wir alle in uns hatten, ablegt und so amerikanischer wird? Also wenn da jemand ein dickes Haus hat, dann wird da, wow, geiles Haus. So und wir hätten halt das alles schlecht geredet in unserer Generation. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also ich finde das natürlich nicht gut, wenn, sagen wir mal, Persönlichkeit und alles, was jetzt einen Menschen ausmacht und ob der jetzt nur ein toller Typ ist so im Leben, wenn das darüber definiert wird, ob man nun den goldenen folierten Lamborghini hat oder nicht oder ein geiles Haus oder eine super Kochinsel in der Mitte oder so. Das sollte nicht das einzige Bewertungskriterium sein und das ist ja ein bisschen so und das ist dann natürlich scheiße. Also wobei man aber sagen muss, in einem ganz konkreten Video, was du da geschickt hast, da gibt es selbst bei diesen Angebern noch Unterschiede, weil der findet das, der kommentiert ja, wie ein anderer diese Luxusuhr kauft und der findet das ganz normal, dass er eine Uhr für 100.000 Euro kauft, aber in dem Moment, wo der aus so einer Plastiktüte 100.000 Euro in bar schüttet, da drückt der dann so Stopp und sagt, hm, weirder Flex. Also da hört er das Verständnis schlagartig auf. Also kann ich nur empfehlen. Es hat irgendwie, ich glaube Justin oder so heißt der und der begleitet jemand, guckt sich das an, wie der hat es gekauft. Ich habe gestern gesehen, wie, also man denkt ja dann auch immer, man will ja dann da so hingehen und denen auch so ein bisschen sagen, Leute, haltet das Geld zusammen, wer weiß, wie lange das noch gut geht. Das ist ja ein bisschen so eine Fußballer-Mentalität, wo man ja auch weiß, da geht es zehn Jahre lang richtig ab und da kommt das Geld mit der Schubkarre rein, aber so ab 40 wird es eng, wenn man jetzt nicht irgendwie sich so einen größeren Plan macht und das Problem hat man natürlich nicht nur im Fußball, sondern auch bei sehr spezialisierten, trendabhängigen Musiker erfolgen. Ich habe jetzt gesehen, wie Jizzis und Maxwell von der 187-Straßenbande 50.000 Euro auf Bayern gesetzt haben, auch noch gewonnen haben. Ich glaube, sie haben einen drei-Tor-Unterschied. Nein, nein, nein. Also die haben Playstation gespielt. Ja, da ging es los. Ja, und da haben sie gewettet, um jeder hat 25.000 Euro in den Pott geschmissen und zwar bar auf den Tisch gelegt. Und Jizzis hat verloren und damit hatte Maxwell 50.000 Euro da liegen. Und was macht man damit? Man sagt, naja gut, ich bin Ehrenmann, ich setze dasselbe Geld jetzt nochmal auf ein echtes Spiel und nicht auf der Playstation. Tottenham-Bayern. Genau, und dann sind sie ins Wettbüro gefahren, haben gesagt, so Tottenham-Bayern, hier bitte, ich wette, dass, ich glaube, dass vier Tore in dem Spiel fallen auf 50.000. Das heißt, wenn ich die Wette gewinne, habe ich 100.000 raus. Ja, genau. Das Spiel war aber noch nicht. Also das kommt erst noch. Ach, das kommt noch. Stimmt, das ist Rückspieler. Ach, ich dachte, das wäre schon gewesen. Also Daumen drücken für den, wer es ja Maxwell will, dass das mal wohl gut geht. Aber was glaubt ihr, so ein Jizzis, riestert der? Ich glaube, der. Den Rührup macht der. Sparstrumpf, Kneckskonto. Nee, weil man will da doch hingehen und sagen, ja, ja, alles klar, Hustensaft, Craig-Kreife, enjoy it. Aber ich doch mal ein bisschen was zur Seite. Ja, heute schon am Morgen denken. Du kannst sie alle verarschen, aber das Finanzamt kommt. Sag mal, wir waren ja auch noch gerade so dabei, ein bisschen vorzustellen. Und ihr beide, also Schmidt, die du und Klaas, ihr habt eigentlich die Welt bereist, muss man sagen. Das heißt, ihr seid euch wahrscheinlich näher gekommen als kaum andere Menschen, oder? Das kann man so sagen. Man kennt ja, wenn man die Einspieler kennt, dann zetert ihr da wie das Ehepaar. Gibt es da auch schöne Momente? Habt ihr schöne Momente auf Reisen? Ja, wir haben das manchmal, dass wir dann eigentlich, fängt es an wie eine Schlägerei, und dann wird das so eine ganz... Ich hasse dich, ich liebe dich. Und dann wird das so eine handfeste, so eine handfeste, harte Kuschelei. Fangen wir mal mit der Schlägerei an. Also das Schlimmste, was wir jemals, wir sind nie schlimmer aneinander geraten als in Australien. Ah ja. Da war Folgendes, da sollte Klaas hinter einem Quad, auf dem Olaf, unser Kameramann, und... Von dem er übrigens auch noch runtergefallen ist, dann halb schon ein bisschen später. Der sollte vorfahren, und Klaas sollte hinterher rennen, für den Einstieg in die Matz. Ja. Zu Run Boy Run. Ja, das war damals hip. Ja. War noch ein guter Song. Ja, war ein guter Song. Und das mussten wir dann halt natürlich, wie es so ist, so ein-, zweimal drehen, dass der Klaas hinter diesem Quad herrennt. Ich war gespannt auf deine Variante. Ich war dabei, ich kann es bisher bestätigen. Du hast auch noch einen Eindruck. Ja, Moment. Nein, jetzt nicht wieder ablenken. Nicht wieder ablenken. So, und dann muss er da 50 Meter hinter dem Quad herrennen, und dann muss er das halt nochmal machen. Und danach hat er gesagt, nee, es geht nicht mehr, er kann nicht mehr laufen. Es geht nicht mehr, das ist zu viel, das macht sein Körper nicht mehr mit, das war es jetzt, mit seinen 28 Jahren. Und dann habe ich nur angemahnt, dass es vielleicht auch möglich ist, also wir können ja ein kleines Päuschen machen, und dann könntest du doch die 50 Meter nochmal laufen, würde sich gut tun. Wie er sich darstellt, wie so ein Pastorfliege. Moment, das stimmt ja alles hundertprozentig. Nee, das stimmt nicht. Diese ganze verschissene Suffisanz, die natürlich mich dann zum Ausrasten bringt, die wird hier natürlich komplett weggelassen. Also der Ton macht die Musik. Und wie er dann sich darüber freut, dass ich da kaum noch laufen kann. Und er praktisch einen Punkt hat, in dem er sagt, naja, mein Job ist hier den Beitrag fertig zu machen, du bist der Moderator, du musst hier rennen. Das heißt, ich bin jetzt der Typ hier am Drücker, ich bin der Typ mit der Macht. Und die natürlich so unter den Teppich kehren und zu sagen, du, das ist so, ich bin hier der, ich muss dich dazu bringen. Das macht mir ja gar keinen Spaß. Das ist doch völlig gelogen. Du sitzt da und denkst, wie kann ich denn noch ein ikonisches Bild von meinem Freund Klaas drehen? Was wäre denn ein schönes Bild? Für seine Erfolgsshow. Für seine Erfolgsshow. Genau, an der ihr ja überhaupt nicht beteiligt seid. Was fesselt denn die Millionen? Welches schöne Bild. Und es wäre doch toll, wenn er so wirklich durch diese Wüste rennen, keiner neben ihm. Und ja, war nicht möglich. Richtiger Quatsch. Und wenn ihr... Da bist du richtig ausgeflippt, Klaas. Ich bin ausgeflippt. Ja, okay, ich bin ausgeflippt. Wie kaltest du vom Dach, da hast du da auf den Wüstenboden gestammt. Aber warum bist du ausgeflippt? Naja, weil du, weil du deine Machtposition, wie der kleine Diktator da in dem Film, das Experiment, sobald man dir irgendwie so eine kleine Chefposition gibt. Und die Chefposition in dem Fall war, du durftest auf dem Quad sitzen und sagen, was der Kameramann filmen soll. Das war deine Chefposition. Ansonsten war um uns herum 18 Kilometer Outback. Da gab es also keine Machtstrukturen. Die Machtstruktur war, du durftest kurz mal sagen, was ich machen muss. Und danach war ich ja wieder der Chef. Also wenn man dich bittet, ein drittes Mal 50 Meter zu laufen, ist man so ein Diktator in deiner Welt. Nee, die Art und Weise. Das ist es. Na, wie würdest du dir das denn wünschen? So wie er es jetzt gerade darstellt, dann hätte es keinen Stress gegeben. Aber er macht es natürlich nicht so. Sondern er sagt, ja klasse, also wenn man da nicht fit genug ist, ist es natürlich blöd, wenn man jetzt hier hinter dem Quartell laufen muss. Naja, okay. Also du kannst nicht mal rennen. Ist das so? Es ist so, ne? Er reizt einen die ganze Zeit und wenn man dann ausrastet, ist man der Typ, der ein Aggressionsproblem hat. Und das macht er natürlich ganz absichtlich, weil er dann im Nachhinein zu allen sagen kann, naja, Leute, was soll ich denn machen? Ich brauche ja die Bilder. Alter, Leute, wie ihr mich darstellt. Also ich bin jetzt noch nicht gut weggekommen. Nein, ich bin da voll auf deiner Seite, Schmidi. Also Klaas ist da wirklich abartig ausgerastet, wie der frühe Mario Barth. An diesem Tag hast du übrigens auch noch Ärger gekriegt, weil du die ganze Reise über genervt hast. Das war die einzige Reise, in der du in unserem Team beim Duell um die Welt mitgereist bist. Du hast in jedem Land nur genervt. Naja, ich kann mir vielleicht ein Beispiel geben, wie ich genervt habe. Also wir stehen im Regenwald von Vanuatu und das ist ein Gebiet, in dem es eigentlich praktisch einen Stamm gibt, der dort lebt und es gibt keinen Handyempfang. Es ist bedroht von einem großen Tsunami. Weiß man auch nicht genau, wann der wieder ausbringt. Ist dann, glaube ich, ein, zwei Jahre, nachdem wir da waren, auch ausgebaut. Das war ein Kind. Und wir haben das Interview gedreht und sind dann extra tief in den Urwald rein. hatten alle Durst, weil unser verdienter Aufnahmeleiter Michael Semazidis hatte einen ganz kleinen Mini-Fehler begangen, nämlich bei 40 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit keine Getränke leider. Leider, leider nichts zu trinken. Dann hat uns ein Einheimischer eine Kokosnuss vom Baum geholt. Das ist so kurz, drive ich ab. Und dann hast du gesagt, also für das Interview wäre es doch super, wenn ich aus dieser Kokosnuss trinke. Das wäre doch ein super Bild. Also nee, komm, lass die jetzt einfach teilen, dann fangen wir an. Nein, das ist ein super Bild, da hast du die ausgesoffen. Und dann ging das Interview los und ich hatte halt so eine Regenmontur an, weil ich hatte wirklich panische Angst, gebe ich gerne zu. In Indien hat die mich genannt. Und ich hatte diese Regenmontur an, weil ich Angst hatte vor Malariamücken, die es dort freilich gibt und wollte nicht gestochen werden. Und dann hat diese Montur wahnsinnig, Achtung, geraschelt. Die hat zu sehr geraschelt. Bist du der Alkentag geworden? Maestro, deswegen konnte Maestro seine Gedanken nicht finden und nochmal erzählen, was ihm gerade zugestoßen war auf dem Vulkan. So, und jetzt hör mal zu. Maestro hat die zu doll geraschelt. Nee, nee, jetzt geht's mal von vorne los. Ah, Malariamücken gibt's da nicht. Doch, gibt's. Nein, gibt's da nicht. Gibt's da nicht. Nein. Die gibt's da nicht. Du warst noch nie irgendwo, wo es die gibt. Okay. So, du warst noch nie in irgendeinem Malariamgebiet. Da gibt's auch keine Dengue-Fiebermücken. Da gibt's gar nichts. Ja, das ist ein so unberührtes Island. Da gibt's nicht mal giftige Schlangen. Da gibt's nichts auf Vanuatu. Das ist alles komplett okay da. Das Einzige, was du hast, ist eine Regenhose, eine Regenjacke und einen Regenüberzug für seinen beschissenen Rucksack. Im Flugzeug schon angezogen. Im Weg. Weil er gehört hat, dass es da eventuell regnen könnte. Ist kein Scheiß. Auf dem Weg zum Bus. Er hat im Flugzeug auch auf dem Weg. Ich hab auch sogar das eingesprüht mit Autaren. Ja. Den Anzug von außen. Ich weiß. Damit die nicht durchstechen. So, und das hat natürlich gestört. Guck mal, du hast dann teilweise, wir waren in Indien, am Arabischen Meer. Es war also ganz toll alles. Und stehen dann da in den Backwateren da hinten. Und wir drehen da und alles. Und du siehst halt in dieser wunderschönen Kulisse und es ist alles ganz toll, siehst du immer einen so einen Typen, der mit so einem gelben Regenschutz über seinem Rucksack das Bild versaut. So ein richtiger Deutscher, der mit so Trekking-Klamotten da blöd rumsteht und immer nur hofft, dass er irgendwo gleich so ein Fahrrad kommt mit so einem Barista hinten drauf, der einem Cappuccino serviert, was natürlich nicht passieren wird. Und das hat natürlich gestört. Weil man nicht mit der Haltung dahin gehen kann, man geht jetzt mal eben in die Innenstadt und besorgt mal was bei Chibu. Mit der Haltung kann man nicht um die Welt reisen. Und das hat uns genervt. Ich möchte noch was nochmal auf Vanuatu zurück. Ja. Wirklich das Paradies auf Erden. Das war, wir haben in der Südsee gebadet nachts. Es war völlig menschenleer. Es war irgendwie ein Paradies. Paradies ist ein großes Wort. Da hatten wir davor, gab es eine kleine Holzhütte, da wurden wir von dem Stamm, der dort ansässig ist, halt noch schön bekocht. Und das war alles ganz reizend. Und wir hatten einen Guide dabei, der uns da so ein bisschen unterstützt, wenn wir da in dem Land sind. Ein Vulkanologe. Ein Vulkanologe. Und der meinte nur, das ist ein Tsunami-Gebiet hier, da kann es durchaus irgendwann mal vorkommen, dass da ein Tsunami, was ja auch wirklich passiert ist irgendwie Jahre später. Die Insel wurde im Erdboden gleich. Das hat Jakob solche Angst gemacht, dass er abends, sobald es dunkel wurde, so gegen halb sieben, ins Bett gegangen ist, weil er vor Angst einfach schlafen wollte und die Angst so wegschlafen wollte. Ja, ich hatte richtig, ihr saßt da wie die Geier, der hatte noch so eine Whiskyflasche und ihr saßt da so am Strand und der hat da so Dönekens erzählt, wie praktisch uns eigentlich die sofortige Vernichtung droht und wie es natürlich keinerlei Warnsysteme gibt. Also exakt wie zwei Jahre später passiert, da stand da keine Hütte mehr und das habt ihr so richtig aufgesogen, so wie so einen geilen Bildartikel, so ja, ach echt, dann sind wir alle tot und dann fliegt der hier so rüber und man kann nicht gewarnt werden. Und ich dachte so, ihr dummen Ficker, ich gehe jetzt einfach ins Bett und höre mir dieses Scheiß nicht weiter an, habe mich da auf so eine Holzpritsche gelegt mit so zehn Spinnen dran und wollte einfach nur aus der Situation rausschlafen. Das war so eine Out-of-Body-Experience, übrigens ganze Insel. Ich bin irgendwo, wir sind im Hotel losgefahren, da habe ich meinen Anzug angezogen und habe ihn aber schon nach Vanuatu wieder aufgemacht. Also ich muss wirklich sagen, dass ich kaum eine schönere Erinnerung habe als an diese, das waren ja insgesamt drei Inseln, da gab es die Hauptinsel, dann gab es Pentecost und Tana und das fand ich so wunderschön da und habe wirklich nur positive Erinnerungen daran, bis auf einmal, als wir in diesem Verschlag dann waren, als dann ein spitzer Schrei aus Thomas Zimmer kam, weil er so acht Spinnen hinter so einem Schrank, da hast du so acht Spinnen, die in so ein Loch reingeschossen sind, dann in dem Moment, wo du das Licht angemacht hast. Aber da hast du dich wirklich rührend um mich gekümmert. Du bist da rüber, hast du mit einer kleinen Taschenlampe, hast du deine Socken genommen und hast sie in das Loch gesteckt, wo die Spinnen drin waren. Dann könnte ich gut schlafen. Ja, naja, weil ich bin ja nicht nur so, also wir haben auch schöne Momente, wir hatten auch, Schmidt, wenn du dich erinnerst, viele romantische Momente auf diesen Reisen. Weißt du noch, als wir bei den Kannibalen waren? Kannibalen ist nicht der korrekte Ausdruck. Heißt es Inuit. Naja, wir waren in Papua und die Story, die kennt man vielleicht so, wir wollten zu einem Stamm, der eigentlich kaum Verbindung zur Außenwelt hat und irgendwie Jahre da kein Europäer war. Also wie Brandenburg. Ja, wie Brandenburg, da sollte Klaas mit kniffeln. Und das bedeutet aber auch, die wohnen relativ tief im Wald und das ging eigentlich nur so, dass man mit dem Flugzeug mehr oder weniger auf einer Wiese abgeladen wurde und dann hieß es, das Flugzeug kommt fünf Tage später wieder und bis dahin war man dann eigentlich gefangen in diesem Dschungel und es war ein richtiger Dschungel, nicht so ein Paradiesdschungel wie in Vanuatu. So, und das war nach wie vor das Schlimmste, was wir je gemacht haben. Das war ein Moorgebiet so groß wie Belgien. Joa. Wo wir wirklich gedacht haben, ach, das ist ja eine lustige Idee, mal mit so einem Stamm da zu kniffeln. Das ist eine gute Idee, wenn man in Berlin sitzt. Aber wenn man dann da hinfliegt und das Flugzeug hebt ab und man weiß, es kommt jetzt irgendwie Tage später wieder, um eins abzuholen, das war scheiße. Und da, um es mal abzukürzen, irgendwann sind wir mit dem Boot tief in den Dschungel reingefahren und zwar tagelang. Und irgendwann war es dann späte Nacht und dann konnte man mit dem Boot nicht mehr fahren, weil es zu gefährlich war. A, weil nach wie vor dort Stämme sind, die, naja, nicht so der Zivilisation angehören. Und da war die Angst, dass die das wie als feindliche Übergriffe sehen, wenn wir da mit dem Boot langtuckern. Deswegen hieß es so, okay, wir machen jetzt hier Rast nachts. Und dann haben wir im tiefsten Dschungel von Papua unser Zelt aufgebaut. Und man hat da wirklich Angst, weil das sind Geräusche um einen rum. Das ist wirklich so, du weißt irgendwie, du kannst nicht, da ist nicht das Hotel nebenan. Es ist wirklich kruselig. Im Prinzip wie das RAW-Gelände hier in Friedrichshain. Das erwacht nachts zum Leben. Ja, aber dann habe ich da mit Klaas in so einem kleinen Zweimann-Zelt gepennt oder versucht zu pennen und wir hatten beide so ein bisschen die Buchsen voll. Aber weißt du noch, dass ich da Alkohol mit hinsprungelte? Und dann packt er auf einmal so kleine Whisky-Flaschen aus. Am Arsch der Welt hat er zwei kleine Whisky-Flaschen, das war wie Weihnachten und Ostern zusammen. Und da haben wir auf dem Handy die drei Fragezeichen angemacht, haben drei Fragezeichen Hörspiele gehört, um diese ganzen fürchterlichen Geräusche um uns rum zu überdecken und haben Whisky getrunken. Das war das Romantischste, was wir in 13 Jahren gemacht haben. Wollte ich gerade sagen, da kommt jetzt glaube ich auch nicht mehr viel. Also das können wir wahrscheinlich dann auch nicht mehr einholen. Und die ganze Reise drumherum, also da gibt es noch viele Details, die man dann vielleicht erzählen kann, die einem dann auch so im Nachhinein erst so richtig klar werden, wenn das alles so ein bisschen... Das ist ja die Spitze des Eisbergs, wenn man ehrlich ist. Da gibt es noch viel mehr Geschichten, die wir bestimmt auch hier im Laufe des Podcasts nochmal auspacken können. Ich wollte eigentlich noch ein Thema mitbringen. Ich war gestern auf einem Konzert, ich war bei meiner Lieblingsband, The National heißen die. Wirklich großartige Band, die ich unglaublich liebe und wie ich witzigerweise auch ganz oft gehört habe auf dieser Reise, über die wir gerade gesprochen haben, da auf Vanuato, als wir da angeflogen sind auf diese Insel, habe ich die Lieder gehört. Und es war so ein schreckliches Konzert, es war ein ganz grauenhafter Sound. Aber was, glaube ich, jeder kennt und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, die haben extrem viel gejammt. Oh Gott. Und was ich wirklich auf den Tod hasse, ist, wenn Bands jammen, die sollen den Dreck, sollen die im Probenkeller machen. Aber wenn ich da 50 Euro für die Dreckskarte zahle, dann will ich Hits, Hits, Hits und ein paar Gags vom Sänger. Und ich will nicht jammen. Und jetzt kam zu einem Überfluss, gab es, habe ich da gestanden, 50 Grad heiß, scheiß Sound, grauenhaft, der Typ, voll wie, wie, lattenstramm war der, der Sänger, der Typ da. Und dann habe ich noch auf die Zugabe gewartet, weil ich dachte, ja, kommen jetzt nochmal vier Hits am Stück. Und dann geht die Zugabe los, auch mit so einem sphärischen Soundbett, auch nochmal zehn Minuten, Gewaber und Gejammel. Da habe ich so den Kaffee auf und bin deswegen bis heute schlecht gelaunt. Also ich möchte einmal alle Musiker, die vielleicht diesen Podcast hören, hört mit diesem Scheiß auf. Ja, ich verstehe das. Ganz kurz, kannst du das nochmal wie Mario Basler sagen? Ja, okay, auch ein bisschen Mario Basler. Leute, hört mal auf, wir sind eure Gejammel da. Eure Instrumente können ja zu Hause stimmen. Auf dem Konzert gibt's nur Hits. So in etwa. Naja, das ist, ich glaube für Leute, die, sagen wir mal, auf dem 50. 50. National-Konzert sind, ist das vielleicht mal ganz gut. Nein, nein, nein. Keiner, du gehst ja hin, du willst die Hits. Das ist reines Selbstgewichse von den Bands. Ja, furchtbar. Habt ihr das auch gemacht mit Gloria? Nö, da gab's die Hits. Nö, wir hatten ja keine Hits. Habt ihr nicht einfach erstmal so 30-minütiges sphärisches Bett und Marc zupft nochmal alle Seiten vom Bass durch? Nö, es gibt so ein Opening, was aber jetzt nicht so ein flächiges Rum, so ein Gitarren-Jazz da. Ne, das machen wir nicht, das ist ja auch scheiße. Also das macht ja auch keinen Bock als Musiker oder so. Zumindest nicht, wenn man nicht so ein Vollblutmusiker ist, der sich dann verliert. Wenn man jetzt super bekifft ist und sich in so einem Riff da verliert, dann kann ich schon verstehen, dass man sich das dann so eine halbe Stunde hintereinander anhören kann und immer so andere Farben dann sieht. Ich will keine Leute kennen, die sich in Riffs verlieren. Nö, aber es gibt so Leute, die habt ihr ja wahrscheinlich gestern auf der Bühne gesehen. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich bin sowieso bei Konzerten, aber schon immer, das hat mit meinem Alltag gar nichts zu tun, ich mag das halt, wenn man da sitzen kann. Also ich so umgestehe, das ist auch nicht mein Ding. Hab ich auch gedacht. Weil ich denke oft, selbst bei einem super Konzert denke ich so nach einer dreiviertelstunde, boah, also wenn mir jetzt einer einen Stuhl bringen würde, dann höre ich mir den Rest noch an. Ansonsten bin ich der Erste auf der Autobahn. Ja, es gibt da so Bands wie zum Beispiel die Foo Fighters, die spielen länger, als man als Publikum Bock hat. Also sie spielen meist so drei Stunden Sets und nach zwei Stunden denkst du so, ja, nu, jetzt komm zum Ende, Mann. Aber es kann eine kollektive Erfahrung sein, wenn man so gemeinsam müde wird mit dem Publikum. Das hab ich auch schon mal gehabt. Wenn man so ein Bühnenprogramm macht, wir haben mal so ein Bühnenprogramm gemacht, Jan und ich, und stand auf der Bühne, haben das nie geprobt, auch nie uns überlegt, was wir vorher da machen und so. Und haben dann die erste Show in Frankfurt gemacht, so einen kleinen Laden. Zwei alte Hasen erzählen von früher hieß das. Und das ging dreieinhalb Stunden. Und es war wirklich, die Leute waren uns zugewandt und man hat so richtig gemerkt, wie wir das Pferd da totgeritten haben. Und das hat uns Spaß gemacht. Und wir haben, und dann war das dreieinhalb Stunden lang. Es hat uns so Bock gemacht, weil wir froh waren, dass da überhaupt irgendwas rauskam. Wir haben uns selber unter Druck zu setzen, haben wir einfach die Städte gebucht und haben dann wirklich zwei Wochen vorher uns getroffen und gesagt, was machen wir denn da eigentlich? Und dann war das so best auf Desktop, ne? Und haben dann da irgendwas vorgelesen. Es war am Ende gut. Und dann haben wir nach dem ersten Auftritt die Hälfte des Programms weggeschmissen. Und es war trotzdem noch über zwei Stunden lang. Also dann, dass man dann natürlich dann die Zwischenparts dann doch wieder länger macht als nötig. Also es ist total wichtig, dass man da kurz ist. Und Kill Your Darlings ist, sagen wir mal, nichts, was ein Künstler alleine kann. Da muss immer so ein Mario Basler hier um die Ecke kommen, hier wie Tommy Schmidt, der dann sagt, komm, das ist zwar alles witzig, aber das will kein Mensch sehen. So ein Zwölf-Minuten-Beitrag braucht keine Sau. Der kann auch sechs Minuten lang sein, ist immer noch witzig. Und nur weil du da witzig geguckt hast, müssen wir das jetzt nicht im Beitrag lassen. Diese Objektivität, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man immer überlegt, was macht denn das Team eigentlich hinter einer Fernsehshow? Da kann man sich es noch vorstellen, aber auch bei so Stand-up-Comedians und so. Die Leute, die, glaube ich, nicht alleine sich auf sich verlassen, sondern immer noch so zwei, drei auch tatsächlich kritische Stimmen im Hintergrund haben, das sind die, die am Ende besser sind. Weil man natürlich mit einer gewissen Eitelkeit da einhergeht und immer nur auf sich schaut. Also wenn ich jetzt hier im Schnitt sitzen würde oder so, selbst wenn ich über die Jahre das Verständnis dafür hätte, wie man das technisch macht. Ich würde immer nur gucken, wie gucke ich. Ich würde nie sehen, wie ist die gesamte Situation und damit wird das natürlich dann schlecht. Das weiß ich. Aber es ist gut, dass du da über die Jahre gelernt hast zu vertrauen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Weil morgen ist Weihnachtsfeier, ne? Auch nochmal ein Thema. Alter, während man das jetzt hören kann, ist, also der Podcast kommt raus, Freitagnacht, 0 Uhr. Ja. Das heißt, da sind wir mitten auf der Weihnachtsfeier. Jetzt in dem Moment, wo sie das hören, ist bei uns Weihnachtsfeier. Aber wenn 0 Uhr ist, bin ich ja schon zu Hause. Nein, diesmal nicht. Diesmal hast du dir viel vorgenommen. Ich habe mir gar nicht so viel vorgenommen. Ich will das Mitarbeiterquiz, mache ich mit. Ja. Und dann gehe ich. Dann esse ich noch was und wenn dann alle anfangen, da harte Getränke zu bestellen, dann bin ich aber ganz froh, wenn ich weg bin. Dann kenne ich dich aber auch anders, Klausi. Ja. Dann kriegst du so langsam einen wilden Blick. Dann fängst du an zu sagen, dann reißt du so Leute an den Schultern, also gerne auch Schmiddi und mich und sagst so. Stimmt doch nicht. Du gehst jetzt aber noch nicht, oder? Weil ich bin heute mal gut drauf. Ich habe heute mal Zeit. Du gehst jetzt noch nicht, oder? Pass auf, ich hole dir einen Drink. So war es bei GQ. Und auf einmal standst du da so mit zehn Gläsern vor uns, hast für jeden ungefähr drei Getränke mitgebracht. Du warst richtig auf Party eingestellt. Naja, war ich trotzdem um Viertel vor zwei zu Hause. Auf der Weinmesse war es auch so. Das war doch tagsüber, Leute. Das war was ganz anderes. Ich habe da nichts gegen trinken. Du hast uns da richtig reingeritten. Ich sage auch nicht, ich bin da sicherlich keine Klosterfrau, das weiß ich ja. Aber trotzdem ist es oft schon so, und das ist meine Erfahrung, das kann man vielleicht auch mal weitergeben hier, nach zwei Uhr nachts passiert immer nur Scheiße oder es wiederholt sich. Also es ist oft so. Also die schönsten Sachen passieren meistens bis zwei Uhr. Ich habe dich auch schon nach zwei Uhr so leicht wanken zum DJ-Pult unterwegs. Nee, wie sagt man? Wie wird da ein Satz draus? Also du bist so leicht wanken zum DJ-Pult, hast dich aufgemacht. Ja. Und hast dann da angefangen, Hits aufzulegen. Ja, genau. Da hast du auch so eine Hit-Formel, die besteht so ein bisschen aus Arctic Monkeys und Sido. Genau. Das kann man so sagen. In diesem Spannungsfeld lege ich Musik aus. Also Indie-Hits von vor zehn Jahren. Ja. Da geht es los mit Franz Ferdinand, this fire is out of control, dann Art Brut, my little brother discovered rock'n'roll und dann kommt Goldjunge von Sido. Also ist das eine Empfehlung für alle, die hören, zu sagen, also wenn ihr die Party zum Kochen bringen wollt, dann die Kombi. Für alle Disc-Jockeys. Ich finde, man muss vorher, die richtige DGs, man muss vorher, finde ich, wie bei so einer Weinprobe, da gibt es ja auch zwischendurch Weißbrot, um das eine vom anderen zu trennen. Und wenn dann vorher ein richtiger DJ war, finde ich, muss man sich kurz anmelden, damit alle wissen, höh, was ist denn jetzt los? Und da gibt es zwei Songs, die da sehr gut funktionieren, um zu sagen, jetzt beginnt hier eine neue Ära des Musikauflegens. Entweder Udo Lindenberg mit Ein Herz kann man nicht reparieren oder Computerfreak von Heinz Strunk. Die zwei Songs kann man einfach mal so reinschießen, da ist einem die Aufmerksamkeit erstmal sicher. Alle gucken zum DJ und denken, wo hat der sich denn den Kopf gestoßen? Dann stehe ich da und alle wissen, gleich kommen die Arctic Monkeys und dann geht es auch schon los. Dann kommt Jet, Are You Gonna Be My Girl, da fällt mir auch schon nichts mehr ein. Und dann wird halt so geguckt, Nutzer, die diesen Song spielten, haben auch den gespielt und so geht es dann weiter. Also ich bin dann praktisch DJ-Algorithmus. Ich möchte vehement widersprechen, dass nach zwölf Uhr auf einer Party nichts mehr kommt. Nach zwei? Nach zwei. Also halt die besten Partys beginnen um fünf. Ach Quatsch. Ja, wenn da Journey ausgepackt wird und so und nochmal Oasis, da bist du auch mal vorne mit dabei. Eingehackt und mitgesungen heißt es. Aber das muss von mir aus nicht um diese Uhrzeit sein. Also da widerspreche ich vehement. Schmidt gehört ja auch zu denen, die immer den Laden abschließen und immer FOMO, Fear of Missing Out, immer Angst haben, dass sie was verpassen können. Und in der Regel verpassen sie nicht viel, außer irgendwie festgetretene Bierdeckel. Es ist natürlich dann nicht mehr so viel los. Und ich finde, wenn man bis zwei Uhr ... Klingt vernünftig, klar. Es hat mit Vernunft nichts zu tun. Ich glaube, es gibt Abende, die sind einfach gut und das ist dann auch in Ordnung, aber dann so verzweifelt um halb drei noch probieren, das Ruder rumzureißen, den Leuten sieht man es an. Welches Getränk bringen wir dir morgen? Vita-Mals. Okay, mal schauen. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, da können wir dann nächste Woche nochmal zur großen Rückschau ansetzen. Weil mein geheimer Plan ist es, da Audios von zu machen. Also ich will so ein paar Aufnahmen machen. Ich will euch nochmal so nachts um null Uhr, vielleicht wenn du gehst, Klaas, will ich euch nochmal einmal zusammentrommeln und das einmal aufnehmen. Das war einfach so ein kleines Fazit einsprechen, was wir dann hier abspielen können. Und dann kann jeder sicher sein eigenes Bild machen. Okay. Das ist doch fair, oder? Ja, von mir ist es gar nicht fair. Gerade als so vernünftiger Typ wie du, der einfach so ein halbes Radler trinkt und einfach so eine Runde macht und dann einfach schon losdüst nach Hause, der kann doch dann auch nochmal ein Fazit kurz. Ja, okay, können wir machen. Das kann ja jeder selber sagen. Vollkommen in Ordnung. Wie er das jetzt nun einschätzt. Leute, Leute, wir haben schon wieder keine Rubriken gemacht. Das stimmt, ja. Wir haben die letzte Folge, haben wir eine ganze Folge darüber erzählt, dass wir jetzt gleich Rubriken machen und jetzt haben wir es wieder verpasst. Willst du eine Rubrik? Du willst eine Rubrik? Nein, nein, nein. Du kriegst eine Rubrik. Machen wir es nicht. Schmidt möchte eine Rubrik, also gibst eine Rubrik. Ruhe bitte, hier kommt der Rubrikenopner. Datteln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke, hier ist für jeden was dabei. What the fuck? Datteln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke, hier ist für jeden was dabei. Habe ich da im Brainstorming nicht mitbekommen. Nee, das habe ich geschrieben und aufgenommen auch und das ist jetzt eine Rubrik, Thomas Technik-Ecke. Das ist keine Rubrik. Doch. Nein. Der hast du ja auch gerade gehört. Bin dir jetzt auch schon überzeugt. Willst du nochmal hören? Nein. Ich will es mal hören. Datteln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke, hier ist für jeden was dabei. Was soll das? Naja, wir brauchen natürlich, um den Servicecharakter dieses Podcastes aufrechtzuerhalten und überhaupt mal zu etablieren hier, brauchen wir Tipps aus der Welt der Technik. Du bist hier mit Abstand wirklich der größte Technik-Nerd der Firma. Was? Du hast immer die neuesten kleinen Gadgets und so. Du hast Fernseher dünn wie Papier, Kopfhörer, klein wie Erbsen. Wenn er früher im Saarland mal abgehauen ist und die Eltern wussten nicht, wo ist er jetzt mit 5, 6, da konnte man ihn beim Konrad abholen, wenn er sich da wieder irgendwie das Skatkabel angeguckt hat und so ist es immer noch. Also er ist technikbegeistert, er packt die Sachen aus wie so ein Triebtäter eigentlich. Nee, das macht er, er packt Sachen normal aus. Du bist ja, du bist ja der Sache. Jetzt wollen wir nicht ablenken. Und du hast immer ganz viele neu interessante Sachen und ich finde, das können wir auch mal mit den Leuten teilen. Was sind momentan deine liebsten Gadgets? Was sind deine... Also Konstantin, wir sind fertig, oder? Nee, wir sind nicht fertig. Wir haben jetzt, du wolltest eine Rubrik. Ich wollte eine Rubrik, aber da müssen wir vorher mal absprechen, was für eine Rubrik. Jetzt hast du da irgendwas angesprochen, von wegen... Erzähl doch mal, erzähl mal von deiner Spülmaschine. Was soll denn mit der Spül... Also Schmidi, du hast mir auch schon zwei schon von der Spülmaschine erzählt, da wirst du jetzt wohl deine Rubrik jetzt hier mal voll labern. Jetzt pack doch mal auf. Was ist denn das Besondere an dieser Spülmaschine? Was kostet der Spaß und wie kann ich da dabei sein? Also das ist wirklich, ich hab hin und wieder hab ich so ein paar Sachen... Aber nicht die Marke sagen, weil wir kriegen ja kein Geld für. Okay. Das erst später, jetzt nicht die Marke sagen. Das interessiert kein Schwein wie meine... Ich hab eine Spülmaschine und da packt man so Powerdiscs ein, heißt das? Powerdiscs, hat sich das damals gegen die CD nicht durchgesetzt? Ja und die packst du ein, das sind so... Die sind gefüllt mit Granulat und das packst du da rein. Dann musst du nie wieder Spülmittel nachfüllen. Wie nie wieder? Einmal im Monat musst du diese Powerdiscs wechseln. Ist ja nicht nie wieder. Und das heißt, du kannst einfach nur die Spülmaschine schließen, dann läuft die und du hast keinen Ärger mit hier lästig da Klarspüler reinfüllen und nachsalzen und sowas. Finde ich mega gut. Aber das reicht nicht für eine Rubrik. Doch. Nee. Moment, du bist ja noch lange nicht bei der App-Steuerung angekommen. Es gibt auch noch für die Spülmaschine, gibt es ja auch noch eine App, wofür beim Zeus, man die auch immer braucht. Du hast eine App für deine Spülmaschine. Wie funktioniert die genau? Kannst du zum Beispiel auf einer Weltkarte, kannst du gucken, wo deine Spülmaschine gerade ist? Ja, ja. Kannst du die jetzt starten? Wirklich? Ja, ich kann, also man sieht da auch den Füllstand, der Powerdisc und man kann die Spülmaschinen theoretisch morgens schließen und dann auf der Arbeit sagen um 14 Uhr, so jetzt möchte ich bitte die Gläser schön gespült haben und dann drücke ich in der App auf Go und dann leg die los zu Hause. Ja, enorm, was einem da diese Technik abnimmt, oder? Also diesen ganzen Vorgang, dass man so einen Knopf drückt zu Hause und dann zur Arbeit geht, das wird einem praktisch abgenommen. Also ich hätte so eine Angst. Stell dir mal vor, also ich finde das toll, was für eine Panik einem da genommen wird. Stell dir mal vor, du landest irgendwie gerade in Buenos Aires, machst dein Handy an und denkst, fuck, wie ist der Füllstand meiner Powerdisc? Und dann kannst du aber gucken, ne? Können wir diese Rubrik jetzt beerdigen? Ja, gleich. Du hast zu Hause. Das ist jedem, also die Vorteile liegen auf der Hand, also endlich nicht mehr das lästige andrücken. Jetzt ist das sicher doch auch ein Preistipp, oder? Also was muss man da investieren für so eine tolle Maschine? So, das reicht jetzt. Drück hier, mach mal das kurz. Sag doch mal, was die ungefähr kosten, muss ja nicht genau sagen. Sag mal so eine Range. So eine Range. Plus minus 1000 Euro, ne 100 Euro. So eine Range einfach nur, Schmitti. So eine Range. Was würdet ihr denn investieren für eine gute Spülmaschine? 10 Euro. Ach komm, 300. 300 Euro. Am Arsch. Sollen wir mal zu dir heimfahren und gucken, was da für eine Spülmaschine ist? Weiß ich doch nicht mal, was da ist. Die funktioniert und die war da drin. Also meine ist auch mitvermietet in der Einbauküche. Weiß nicht mal, wie die heißt. Ich hab die auch nicht selber gekauft. Ist doch egal, also das wird doch sicher ein günstiges Teil, so ein Einsteigerding sein für jedermann. Was kostet die denn? Sag doch einfach mal. Was kostet die denn? Das ist übrigens ein vernünftiger Preis für das, was sie liefert. Sag doch mal. Ja klar, also gerade einen vernünftigen Preis kann auch jeder nachvollziehen. Ja, das ist auch eine Spülmaschine, die hält ein Leben lang. Ja. Dank Powerdiscs. Und dafür wären wir ja nichts. Ja, die kostet irgendwie so ein bisschen über 1000. Und die alte war die dann richtig kaputt, ne? War einfach nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Hast du die so grob zugemacht, damit die endlich kaputt geht? Da muss ich zur Ehrenrettung aber an deine Seite springen, Schmitty, weil von deiner Technikliebe, da profitieren wir ja im Grunde alle. Ich hab keine Technikliebe. Ich hab deinen alten AV-Receiver abgekauft, weil der natürlich noch topgeil ist. Und du hast aber natürlich schon wieder neun. Und so gehen praktisch Geräte von Schmitty wandern hier durch die ganze Firma. Also Cutter zum Beispiel hat deinen alten Fernseher. Die hat jetzt auch meine Airpods. Ja, weil er hat natürlich Klaus jetzt. Ja, diese Knubbe da. Da hab ich ihn angefüttert abends, die hatte er dann vor mir noch. Und dann hab ich, aber auch gut ist, du hast ja irgendwann mal, du hast ja eine Wohnung, eine normal große Wohnung, würde ich jetzt sagen so, ne? Und da wohnen natürlich auch Leute unter dir und so. Und dann hast du dir eine Anlage gekauft, mit der man völlig problemlos die Waldbühne beschallen kann. Und dann sind irgendwie die Nachbarn mal mit dir in Kontakt gekommen. Und die Tochter der Familie unter dir hat gesagt zu ihren Eltern, Mama, über uns wohnen Dinosaurier. Das ist wirklich wahr. Was ich dann gemacht hab, ich hab meinen etwas überdimensionierten Subwoofer für die Größe der Wohnung, hab ich auf einer, also ich hab mich informiert im Internet. Ja, ist das ein Tipp wieder? Ja, das ist ein Tipp. Das ist jetzt wirklich mal ein Tipp. Also wenn man Ärger hat mit den Nachbarn, weil der Subwoofer zu laut ist, so, dann nimmt man sich eine riesige Betonplatte von fünf Zentimeter Höhe, baut darauf kleine Spikes, setzt darauf, balanciert quasi den Subwoofer darauf und seitdem ist Ruhe. Also nicht Ruhe in der Wohnung, aber es sind keine Dinosaurier mehr da für die Nachbarn. Ja, siehste. Ja, würdest du da nochmal das zum Ende den... Nochmal, den nochmal? Ja, okay. Datteln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technikirgel, hier ist viel irgendwas dabei. Können wir uns bitte darauf einigen, dass wir Rubriken vorher absprechen? Wenigstens das. Ist ja okay, dass wir hier relativ spontan reinkommen. Nee. Wird nicht abgesprochen, weil das das Feuer nimmt. Das ist das Temperament Mittelamerikas, das Feuer Brasiliens und die Würze Ostafrikas und die werde ich mir nicht durch deine Plansicherheit hier kaputt machen lassen. Wir müssen aber mal besprechen, warum dir das Etikett des Technikliebhabers hier so wenig passt. Ich weiß nicht, was dich daran so abstößt. Warum hast du da so einen extremen Unmut und warum willst du das so von dir stoßen? Das ist doch nichts Schlimmes, dass du weißt, was es da alles Tolles gibt draußen. Was da tolle Erfinder irgendwo in irgendwelchen... Das ist so ekelhaft, wie du das so scheinheilig da machst, als hättest du da Interesse daran, ob ich da jetzt... Ich wundere, dass du nicht so einer sagen willst. Du hast diese Scheißrubrik da erfunden, um mich bloßzustellen. Warum? Wie so ein Nerd, so direkt aus Big Bang. Neben Shelton Cooper gibt es noch den Schmidt, den Verrückten. Das Etikett wissen wir jetzt. Ich war erst Mario Barstler, dann habe ich dich als Diktator angebrüllt, weil du 50 Meter laufen musst. Und jetzt bin ich noch der Technik-Nerd hier. Ich lebe nur von Binär-Quotes. So ist es halt nicht. Ich habe so ein, zwei Lampen, die irgendwie schön funkeln und das war es. Der ein, zwei Lampen, jetzt hast du es selber angesprochen. Du hast zu Hause auch wiederum per App steuerbar. Die komplette Schmidt'sche Disco zu Hause ist auch per App wieder steuerbar. Sag mal, deine Katzen, hast du für die auch eine App eigentlich? Kannst du die auch einstellen, wann die fressen und wann die rauskriegen? Ohne Scheiß, ich habe gerade im Warenkorb von Amazon ein Futterautomat für die Katzen, wo ich dann per App bestimmen kann, jetzt sollen sie Futter, das wird gekühlt, das kann man auch. Siehst du die manchmal noch persönlich? Meinst du die Katzen? Oder leben die sonst? Schmidt, die hat nur Umgang. Eine Stunde in der Woche darf man die streicheln, ansonsten. Das stimmt. Einmal ist ihm da die Hand ausgerollt. Dann hat er nur Umgang. Armlänge Abstand. Und da ist auch so eine Frau vom Amt dabei. Aber wenn es gut läuft, darf sie demnächst mal ganz Wochenende wieder bei ihm sein. Also meine Katzen haben neue Skills. Interessiert euch das oder nur meine Technik? Was heißt meine Skills? Hast du denen Tricks beigebracht? Das wäre ja erstaunlich. Nee, die langweilen sich so sehr den ganzen Tag. Dass die selber sich Tricks beibringen? Dass sie sich selber Tricks beibringen. Und zwar bouldern die jetzt. Was machen die? Bouldern. Kennt ihr das horizontale Klettern? In so einer Boulderhalle, wo man es stimmt. Und das machen die an meiner Couch. Ich höre es da so kratzen und rupfen. Und dann gucke ich um die Couch rum. Und dann hängt die Katze mit allen vier Pfoten auf der Seite liegend an der Couch. Und hangelt sich die komplette Couch entlang. Jakob, ich sage dir, es wäre ein einziger Albtraum für dich. Eine neue Couch, die komplett zerflettert ist, weil die da rumklettern und weil die bouldern an dieser Couch. Wer weiß, vielleicht wollen die so, vielleicht ist das so ein bisschen, weißt du, wie so ein brasilianischer kleiner Junge, der sagt, wenn ich richtig gut Fußball spielen kann, dann komme ich hier raus. Wenn er einfach sagt, wenn ich jetzt hier so eine Bouldern-Katze bin, dann werde ich weltberühmt, komme ins Kindesbuch. Hatte die Wahl zwischen Rappen, Fußball und Bouldern. Naja, da muss man bloß noch das Glück haben, dass einer einer entdeckt. Oder vielleicht jetzt, wo wir es gesagt haben, vielleicht steigen da immer ein paar Aktivisten bei dir ein und holen die nachts da raus. Jetzt, wo das öffentlich ist, da kann man sich ja praktisch nicht mehr wegducken als Tierfreund. Ich behandle die sehr gut, sehr, sehr gut. Und ich habe sehr viel Geduld mit ihnen. Selbst wenn die bouldern, bin ich da geduldiger, als wenn du 50 Meter in deinem Quadrieren liegst. Das glaube ich. Das ist ja oft so bei so Leuten, die mit Menschen nicht klarkommen, dass bei Katzen auf einmal alles funktioniert. Jetzt auch das noch, ne? Jetzt auch das noch. Ich sage es ja nur. Ich sage ja nicht, dass du so bist. Ich sage grundsätzlich, gibt es den Effekt, dass eher misantropisch eingestellte Leute merkwürdigerweise ihre komplette Liebe Tieren ausschütten. Weißt du nämlich warum? Weil man da immer schön interpretieren kann, wie die einen finden. Die sagen es einem ja nicht. Sondern du kannst immer dir so denken, wie die Katzen dich wohl sehen. Und natürlich ist das so ein, du selber bist deine eigene Projektionsfläche gespiegelt über die Katze. Ich denke ohne Scheiß, dass beide Katzen mich komplett hassen. Ja? Ja. Richtig? Wirklich komplett hassen. Wie äußert sich das? Die hassen da alles an mir. Ja, wenn ich da abends komme und wenn ich heimkomme und dann will ich gerne so ein Ritual haben mit denen. Die sollen auf dich zulaufen. Ja, dass die auf mich zulaufen, so um die Beine rumflächeln und so. Nichts, Pustekuren. Das machen die maximal, wenn sie was essen wollen und wenn sie gefressen haben, dann sind sie weg in irgendeinem Zimmer unter irgendeinem Bett. Nicht mehr gesehen. Die hassen mich komplett. Arrogante Katzen. Richtig arrogante. Das kann aber auch nur eine Phase sein. Nein, das ist keine Phase. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in der Erziehung. Jetzt schon. Man kann Katzen nicht erziehen. Das ist ja der Witz. Naja. Die erziehen ihr Herrchen. Ich hatte am Anfang das Schlafzimmer, die Schlafzimmertür zu, weil ich gedacht habe, was ich nicht will, sind Katzen im Bett. Und dann haben die die ganze Nacht vor dieser Tür rummiauzt und dran rumgekratzt. Wirklich eine ganze Woche lang. Ich konnte nicht mehr pennen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das ist ja sehr langweilig bei mir im Schlafzimmer. Da steht halt im Bett ein Kleiderschrank. Dann lässt du die mal gucken und dann sehen die, das ist ja ultra langweilig, gehen wieder raus und geben Ruhe. Dann habe ich die Tür mal aufgemacht. Da haben die sich da überall dran rumgerieben. Das gehört hier zu ihrem Revier und seitdem ist nicht mehr dran zu denken, die Tür zu schließen. Das ist das Ding. Also wenn du da einen Fußbreit einfach Platz lässt, dann wird der natürlich auch genutzt. Richtig. Ich finde das schön, dass da in dir ein kleines Feuerchen der Liebe lodert. Auch wenn wir das nicht immer zu spüren bekommen, finde ich es toll, dass irgendwie auch dieser Teil… Ist das eine neue Rubrik, so Menschenhass mit Thomas Schmidt. Man kann aber auch sagen, was du willst. Also du übertreibst es immer dann direkt und hängst mir an, dass ich dich praktisch hochstilisieren will. Heute war schon direkt in Folge 2 eine unglaubliche Schärfe im Spiel, muss man einfach sagen. Das letzte Mal war es so harmonisch. Ja, das war wirklich schön. Da ging das Ganze aber auch anders los, Schmidt. Die hat Klaas hier so einen riesen Korb mit Croissants und Donuts mitgebracht. Das war eine ganz andere Harmonie im Augenblick. Ich hatte keine Zeit heute Morgen. Ich kann heute nicht jetzt jedes Mal was zu essen mitbringen, damit ihr lieb zu mir seid. Also das ist jetzt auch nicht der Richtige. Ja, doch, wäre schon. Also es schafft aber eine andere Stimmung. Soll ich euch jetzt jedes Mal was mitbringen? Ja. Okay. Ja. Dann mache ich es schon gut. Mache ich es so, okay. Dann seid ihr vielleicht jetzt auch im Nachhinein rückwirkend auf diese Folge gesehen ein bisschen lieb, auch in Erinnerung. Würdest du auch von der Qualität der Croissants abhängig machen? Es gibt nicht nur Croissants, es gibt immer was anderes. Ich bringe immer eine Überraschung mit, okay? Ja. Also verschiedene Köstlichkeiten von verschiedenen Kontinenten, finde ich gut. Wir sollten jetzt nicht den Podcast so ausfaden. Ja, stimmt. Das ist fruchtbar. Ich habe so das Gefühl, wir sappeln das jetzt. Dann spielst du noch so einen Jingle und dann machen wir Schluss, oder? Ich kriege jetzt beide noch was von mir geschenkt, damit ihr nicht so traurig seid. Kriegt ihr beide noch was, weil ihr gerade gesagt habt, ihr würdet gern was geschenkt haben. Du kriegst den Locher, bitte schön. Du kriegst meinen Locher, den brauche ich nicht so oft. Und du kriegst diesen Anspitzer hier. Schenkt man sich sowas unter Reichen? Anspitzer, Locher? Einfach Sachen, die man gebrauchen kann, die man sich vielleicht nicht selber kauft. Und jetzt nehmt es einfach mal an. Und ihr braucht hier nicht in Dankbarkeit zu zerfließen, aber sagt einfach mal vielen Dank. Ich fotografiere die Geschenke gleich nochmal für Instagram. Kann man sich die nochmal anschauen und überlegen, ob das jetzt nur so eine schöne Geste war? Ich habe noch einen Teaser für nächste Woche. Unabhängig davon, dass wir von der Weihnachtsfeier berichten, was wahrscheinlich fürchterlich wird. Habe ich noch ein Anliegen. Und zwar, wir haben den Podcast gelauncht und dann wurden so ein paar Stimmen klar, ob man jetzt demnächst auf eine Live-Tour geht und auf einer Bühne steht und da so Podcasts rumsappelt. Auf gar keinen Fall. Und ich möchte wirklich von euch ein Bekenntnis, dass wir niemals eine Bühne betreten und so ein Happening machen, wo wir mit drei Mikrofonen da auf der Bühne stehen. Auf gar keinen Fall. Das machen wir niemals. Können wir das schriftlich fixieren? Ja, können wir machen. Ich möchte einen Vertrag haben. Ja. Ja? Ne, ich finde ja. Ne, da bricht's schon. Was ist da los? Du kannst das ja alleine machen, aber wir kommen nicht mit. Also, was ich mir wirklich total gut vorstellen kann. Also, zückt schon mal die Kalender, dass ich praktisch so eine Tour mache, wo ich euch einfach nur imitiere, weißt du? Da mache ich so Kult-T-Shirts, drucke ich dann und das läuft alles im Grunde über mich. Weil es ist ja völlig, ich finde das total in Ordnung, dass ihr euch da so ein bisschen ziert und dass es nicht so eure Welt ist. Aber wenn ich da mal so eine Bühne füllen kann und dann imitiere ich euch und dann mache ich da so zwei Stehlampen hin und so zwei filzige Sessel und dann verkaufe ich da die hunderter Bumsläden aus und so Kellerdinger, weißt du, wo so einer Bier riecht und so alten Zigaretten und dann gibt's da so einen Stand, da ist dann irgendwie so der Schmolli, so der verkauft unsere Kult-T-Shirts und das ist auch so mein Riesenthema immer wieder, dass man die da kaufen kann, ne? Wir müssen mega überrascht sein und so geflasht, dass es schon ausverkauft ist. Ich bin erstmal geflasht, dass es ausverkauft ist. Mache ich auch so Postings, ne? Wow, ihr, wie nennen wir das, ihr Base, Menschliebe Base, cool, dass ihr da wieder so am Start seid und dann mache ich da mal eine Tour. Ja, naja. Weil das Ding ist, du verdienst ja bei so einer Tour richtig Kohle, ne? Ja, aber das ist ja der Grund für eine Tour, ne? Ja, trotzdem, aber ich finde das irgendwie, es entwertet so dieses Prinzip, man kauft sich Tickets für was. Also stell dir vor, du ziehst dir zu Hause eine Jacke an, ziehst dir Schuhe an, gehst dann da los und so, dann bist du aufgeregt, holst dir dein Ticket aus der Innentasche, gibst das dem Typen, der das da abreißt und gehst dir da rein, suchst den schönen Platz. Dann geht der Vorhang auf und dann kommen drei so Typen und labern einfach eine Stunde irgendwelchen Scheiß. Ich finde das in Ordnung als Podcast, aber auf einer Bühne muss man das doch nicht machen. Dann lieber Cem, ne? In Bochum, in der Maria, am 31.3., Jakob Lund und Freunde und viele überraschende Gäste, all das und mehr, dann zum großen Tourauftakt am 31.3. in Bochum, in der Maria. Kommt's, Herr Reich. Oh, Jakob, du bist ja ein erfahrener Radiomoderator. Ja. Ich hab einen Wunsch. Ja. Ich möchte, dass du mir den Sprech beibringst von einem Frühstücksmoderator beim Radio. Das kann ich mir geben. Ich geb dir alle drei Tipps, die man wissen muss. Aber erst nächste Woche. Jetzt hab ich ihn jetzt nicht mehr. Das ist der Teaser. Das machen wir nächste Woche. Da freu ich mich auch schon drauf, dass dein innerer Thomas Koschwitz da wieder rausgekloppt kommt. Und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Woche. Wir freuen uns erst mal auf die Weihnachtsfeier. Wir werden alles festhalten. Keine Technik-Ecke, keine Technik-Ecke nächste Woche. Naja, das wollen wir mal sehen. Also Freitag rund um 0 Uhr kommt immer die neueste Folge. Ja, so sieht's aus. Abonniert uns, dann freuen wir uns. Ich glaub, sowas sagt man. Ja. Abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt's diesen Podcast. Aber das haben die Leute ja eigentlich festgestellt, weil sie hören ja grad den Podcast. So ist es. Männer mit Liegefahrrädern haben keinen Sex. Da bin ich jetzt auf so einen Knopf gekommen. Thomas, das war ein schöner letzter Gedanke. Also, macht's gut. Tschüss. Das war Baywatch Berlin. We love you. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.